Danke Martina, ich möchte Sie ebenfalls sehr herzlich willkommen heißen hier in dieser Runde für das heutige Friedensgespräch. Ich möchte ganz herzlich willkommen heißen, unsere drei Gäste. Wie gesagt, mein Name ist Andrea Lentschow, ich bin kurzfristig eingesprungen, ich hoffe, wir kriegen trotzdem ein sehr lebhaftes Gespräch heute hin, bin angesichts der versammelten Expertise hier auf dem Podium auch sehr zuversichtlich, dass das gelingt und möchte vielleicht einsteigen, damit zu verweisen oder zu erinnern. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Rechtsextremismus um 1,8 Prozent, ein nicht unerheblicher Teil der Rechtsextremisten gewaltbereit. Insofern ist das Thema, glaube ich, auch heute weiterhin durchaus aktuell, eine Zeit lang sozusagen überwältigt von Krisen. Ob es die Pandemie war oder eben der Einmarsch der Russen in der Ukraine, dachte man ja schon, das ist so ein Thema, das ist schon fast normal geworden. Warum jetzt noch wieder eine Veranstaltung dazu? Aber ich denke, der gestrige Auftritt zeigt uns, dass es weiterhin notwendig ist, wichtig ist, dass wir uns über dieses Thema verständigen und daher bin ich sehr froh, dass wir hier heute Morgen, heute Abend sitzen und möchte mich noch einmal sehr herzlich bedanken, dass Sie gekommen sind. Einsteigen möchte ich gerne mit einer vielleicht ganz allgemeinen Frage, einer Art Bestandsaufnahme, wo Sie sich sicherlich auch stützen können auf den Verfassungsschutzbericht vom Jahr 2021. Wenn man so an Deutschland denkt, hat man ja häufig so die Perzeption, Deutschland umgeben von Ländern wie Italien, wie Frankreich, sogar Schweden mit signifikanten rechtsextremen Parteien, großen Parteien mit erheblichem Zulauf in der Bevölkerung. Wir haben ein bisschen AfD, das sage ich jetzt mal, das sage ich jetzt bloß zu salopp, um Sie so ein bisschen herauszufordern, wie steht Deutschland eigentlich da im internationalen Vergleich der Verbreitung von Rechtsextremismus, von Rechtspopulismus? Können wir davon ausgehen, in Deutschland stehen wir eigentlich sozusagen noch oder können noch relativ entspannt auf die Lage gucken, die Demokratie ist solide, stabil genug, mit den rechtsextremen Tendenzen können wir umgehen, wie müssen wir uns Sorgen machen? Ich wende mich an das gesamte Podium, wir haben uns im Vorfeld verständigt, dass Frau Küppers den Anfang macht, hier vielleicht ein bisschen Orientierung zu liefern. Ja, gerne. Ja, das ist immer die Frage, wie sieht es bei uns aus, ist es woanders noch schlimmer und sind wir noch so halbwegs auf der Insel der Glückseligen? Es kommt ein bisschen darauf an, auf welches Phänomen ich schaue, wenn ich über Rechtsextremismus spreche und wen ich alles dazu zähle. Und das ist ja durchaus eine spannende und auch kontroverse Diskussion, wo fängt der Rechtsextremismus denn eigentlich an und worauf schauen wir, wenn wir über Rechtsextremismus sprechen? Sie haben den Verfassungsschutzbericht angesprochen. Der Verfassungsschutz hat seine eigene Definition von Rechtsextremismus, ob seine Aufgabe, die Verfassung zu schützen, auch den demokratischen Staat zu schützen. Der Verfassungsschutz berichtet sowohl über Parteien im äußerstrechten Spektrum, Sie haben die AfD miterwähnt, aber er berichtet eben auch über Akteure und gewalttätige Akteure. Und er kommt wieder, das ist schon seit einigen Jahren zu, zu einer nochmal gestiegenen Anzahl rechtsextremer, tatsächlich markierter, rechtsextremer Personen von rund 34.000 in Deutschland und davon rund 13.500 Gewalttätern. So, das ist allerdings die Spitze des Eisbergs, die der Verfassungsschutz im Blick hat und die der Verfassungsschutz aufgrund seiner spezifischen Perspektive auf das Problem in den Blick nimmt. Jetzt ist der Rechtsextremismus ja nicht alleine eine Frage von Parteien und Akteuren, sondern wir differenzieren ein bisschen, das ist, ich würde mal sagen, Konsens in der Forschung. Wir schauen uns den Rechtsextremismus sowohl an in Bezug auf seine ideologische Komponenten als auch in Bezug auf seine Handlungskomponenten. Und Handlungskomponenten sind im schlimmsten Fall Gewalt, sind aber eben auch Wahlentscheidungen von Bürgerinnen und Bürgern und die Beteiligung an extremistischen Aktivitäten. Und da sind ja die Corona-Demonstrationen ganz faszinierend, das muss ich mal aus Forschungssicht sagen, Beispiel, wo wir Schwierigkeiten haben einzuordnen, wie viel Rechtsextremismus ist denn dabei und wie viel, ich sag mal, im demokratischen Spektrum nicht nur legitimer, sondern vielleicht sogar wünschenswerter Auseinandersetzung und Kritik an Demokratie und an Abläufen und so weiter ist dabei. Wenn wir uns anschauen, den Rechtsextremismus nicht nur in Bezug auf Parteien, hier haben wir immer die Diskussion, wann ist eine Partei denn tatsächlich im äußerst rechten Spektrum, im internationalen Raum sprechen wir dann eher von Far-Right-Partys, also Parteien der äußersten Rechten. Und wir können auch auf der Ebene bei Parteien und auch ihrer Programme sehen, dass das so eine Changerung ist. Also nicht nur mit einem Fuß ins hart Rechtsextreme gehen und ins völkische Rechtsextreme wie die AfD und mit dem anderen vielleicht eher populistisch unterwegs zu sein, wo man eben auch breitere Schichten anspricht. Wir können sehen, dass es auch, denken Sie an den Front National in Frankreich, auch Veränderungen in den Programmatiken und zumindest im Auftreten nach außen gibt. Es gibt also Bewegungen in beide Richtungen, Parteien extremisieren sich, aber sie popularisieren sich auch, um breitere Bevölkerungsschichten anzusprechen. Von daher ist das immer so eine gewisse Frage, wo stehen sie gerade und in welcher Entwicklung, das sind dynamische Entwicklungen, es fließt auch ineinander. Und dann haben wir eben die ideologischen Komponenten, die bis hinein in die breite Bevölkerung gehen. Und das schauen wir uns in der Mitte-Studie an. Wir untersuchen in einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage, wie demokratisch oder vielleicht auch antidemokratisch sind denn die Menschen in Deutschland. Und dann haben wir nur einen ganz, ganz kleinen Anteil, zumindest derjenigen, die wir in so einer Studie befragt kriegen, das ist ja auch nochmal eine Frage, die ganz extrem kriegen sie da nicht, die machen wir gar nicht mit. Aber ich sage mal, bei so einer normalen repräsentativen Bevölkerung haben wir so eine, ich sage mal, so eine Anzahl, je nach Methodik, ob sie es eher anonymer machen oder ob sie es eher in einem Telefoninterview machen, so wie wir, einen Anteil von wirklich geschlossenem Weltbild von zwei bis fünf Prozent, sage ich jetzt mal. Aber wir haben Schliersporen von Elementen, von ideologischen Fragmenten, zum Beispiel einer Verharmlosung des Nationalsozialismus, zum Beispiel einer Befürwortung eines autoritären Führerstaates, zum Beispiel auch eines Sozialdarwinismus, der zwischen lebenswertem und unwertem Leben trennt, von, wenn ich mal diese Aussage nehme, 17 Prozent der allgemeinen Bevölkerung, die da immerhin teils, teils zustimmt. Das heißt, wir müssen aufpassen, worüber sprechen wir? Sprechen wir über die äußersten Rechten, sprechen wir über rechtsextreme Gruppierungen, die vielleicht sogar der Verfassungsschutz im Blick hat, zumindest manchmal, werden wir ja gleich noch darüber sprechen, oder sprechen wir über das, was wir an Handlungen sehen, die Bereitschaft, rechtsextreme, zumindest Parteien der äußersten Rechten zu wählen, dann haben wir schon mehr, wenn wir uns die Wählerstimmen der AfD anschauen, und wenn wir uns die Einstellung in der Bevölkerung anschauen, dann haben wir noch mal deutlich mehr Zustimmung. Und ein letzter Satz, das ist ja gar kein, wenn wir sagen, naja, bei den anderen, wir haben ja nur so ein bisschen AfD, ich darf daran erinnern, wir hatten schon vor 20 Jahren Zustimmung zur NPD, in kommunal- und zum Teil auch Landesparlamentswahlen, im über 20-Prozent-Bereich. Und da wurde nicht so richtig viel darüber gesprochen, weil das ja nur Kommunalwahlen waren, oder vielleicht mal als so ein kleiner Ausrutscher in irgendeinem Landesparlament. Aber das ist keineswegs etwas Neues, das hatten wir ja mit der DVU schon auch viele Jahrzehnte zuvor mit den Republikanern. Wir haben also in Deutschland immer einen nicht kleinen, nicht ganz kleinen Bodensatz an Menschen, die potenziell auch aktivierbar sind und je nach Mobilisierungsgrad dies dann tatsächlich auch in Wahl stimmen oder, wie wir es jetzt sehen können, in Protest auf der Straße tragen oder eben in der Bereitschaft zumindest mit ausgemachten Rechtsextremen mitzudemonstrieren, konnten wir schon bei Pegida sehen. Vielen Dank, Frau Kuppers. Herr Bissler, möchten Sie ergänzen? Vor allem einen Punkt, wenn man die europäische Perspektive einnimmt, muss man dabei ja sehen, dass, Sie haben jetzt gesagt, wir haben so ein bisschen AfD und man kann das quantitativ erstmal so sehen, ja, in Dänemark, Italien, Frankreich, Polen haben überall rechtsradikale Parteien schon mehr Stimmen gehabt, als die AfD das ja je hatte. Man muss aber auch sehen, dass eben, wenn man diese Entwicklungsprozesse anguckt, mittlerweile die anderen Parteien zu Zusammenschlüssen kommen, wo die die AfD nicht mehr dabei haben wollen. Also die PiS und der Rassemblement National wollen mitunter mit der AfD nichts mehr zu tun haben und das wird nicht so ganz, ganz offen gesagt, das wollen wir nicht, aber die haben ein Treffen, wo die nicht eingeladen sind und man muss davon ausgehen, dass die AfD denen mittlerweile zu extrem, zu radikal ist. Das hat was mit der Dexit-Forderung zu tun, das hat auch was damit zu tun, dass polnische Rechte, polnische Nationalisten nicht sehr begeistert sind von Deutschen, die eine erinnerungspolitische Wendung um 180 Grad fordern, wenn ich Björn Höcke so zitieren darf und da gibt es durchs Abseits wegen von der AfD, weil die anderen in Europa zu extrem ist und das muss man dann auch dabei mit einberechnen. Und das hat sicherlich auch was mit dem Phänomen von Ost- und Westdeutschland zu tun, das Deutschland einmalig auszeichnet, wo man sagen muss, dass die wirklich extremen Flügel in der AfD oder der sogenannte Flügel seine Machtbasis zu einem wesentlichen Teil in Thüringen und in Sachsen und Sachsen-Anhalt insbesondere hat, was diese Dynamik innerhalb der AfD, dass die immer weiter, immer radikaler nach rechts rückt, zum großen Teil erklärt. Ja, vielen Dank. Kommen wir nochmal ganz kurz zu dem Verfassungsschutzbericht zurück. Wir haben gehört, 34.000 offen identifizierte rechtsextreme Personen, von denen ungefähr 40 Prozent gewaltbereit. Herr Steinhagen, Sie haben sich insbesondere mit den gewaltbereiten Rechtsextremen beschäftigt und mich würde interessieren, wie genau drückt sich diese Gewaltbereitschaft aus, was löst sozusagen das Gewalttätigwerden aus, was zeichnet mögliche Täter aus? Ja, ich würde vielleicht zu Beginn mal das Bild von dem Eisberg ganz gerne aufgreifen, weil wenn wir uns diese Statistiken anschauen, die ja jährlich vorgestellt werden, da muss man auch immer sich wieder in Erinnerung rufen, also unter diesen 13.500 gewaltbereiten Rechtsextremisten, die dann bei so einer Konferenz vorgestellt werden, waren zum Beispiel im Jahr vor dem Mord an Walter Lübcke, war der spätere Attentäter nicht darunter. Also da hätte man sozusagen gedanklich sozusagen plus eins mindestens zählen müssen. Und das macht ja auch nochmal deutlich, dass viele der Personen, die in den letzten Jahren zu Tätern geworden sind, kann man auch ganz bewusst Tätern sagen, weil das in der überwiegenden Mehrheit Männer sind und auch nicht zufällig, die waren nicht Teil dieser sogenannten Statistik, die ja vielleicht auch die Schwierigkeit hat, dass sie, auch das haben wir ja jetzt schon kurz angesprochen, sich stark auch fokussiert auf Parteien, Gruppierungen, das hat ein bisschen mit der Art und Weise zu tun, wie die Verfassungsschutzbehörden denken und wie die auf sowas draufschauen. Und das ist letztlich inzwischen, wird das vielleicht auch dem Phänomen gar nicht mehr gerecht, weil wir haben es nicht mehr mit sowas zu tun, wenn wir auf die extreme Rechte blicken oder auf die militante extreme Rechte mit so einer klassischen Szene, die vielleicht noch viele Leute im Bild haben, leider auch noch viele Kolleginnen und Kollegen in Bildredaktionen zum Beispiel, wenn sie an dieses Symbolbild von den Springerstiefeln denken, das sehr, sehr häufig wieder aus der Kiste kommt, wenn es irgendeine Meldung dazu gibt, dass das aber überhaupt nicht mehr abbildet, weil wir es letztlich mit einer Szenerie zu tun haben, die viel, viel durchmischter ist, wo viele Leute, die vielleicht tatsächlich nur in der Statistik, in den Mittelstudien mal aufgetaucht sind, vielleicht inzwischen auch bereit sind, sich anzuschließen, sei es in einem Telegram-Channel oder sei es bei einer Demonstration, und so, dass es ein viel, viel unübersichtlicheres Feld geworden ist und wo klassische Organisationen gar nicht mehr so eine große Rolle spielen, was es natürlich sehr viel unübersichtlicher macht. Und zu der Frage der Gewalt, ich glaube, die kommt da nicht äußerlich dazu, sondern wenn wir auf die Ideologie der extremen Rechten blicken, dann ist Gewalt ja nicht in einem Mittel, das man unter anderem auswählt, sondern das ist ja ein ganz zentrales, zumindest der radikalen Rechten, ist es ja ein Wesenskern der Idee dieser Ungleichheit, die dort propagiert wird, diese Idee, die ja so diese Vorstellung der Vernichtung des anderen wesentlich mit sich trägt, sodass das eigentlich keine Frage ist, wie das dazukommt, sondern das gehört mit dazu, also das ist einfach ein zentraler Bestandteil. Und dann gibt es, glaube ich, ganz verschiedene Situationen, wie Personen dann wiederum zu Tätern werden. Wenn ich jetzt beispielhaft das Attentat auf Walter Lübcke herauspicke, auch weil der Täter dort eine gewisse Entwicklung eigentlich auch abbildet, die wir in der Szene insgesamt sehen, dann ist das jemand, der als Jugendlicher in den 90er Jahren in Kontakt kommt mit der extremen Rechten und da sich beteiligt an dieser enormen Welle der Gewalt, die damals durch Deutschland schwappt. Und er selbst begeht bereits schwere Straftaten damals, also er hat versucht, oder er hat jemand mit einem Messer angegriffen in der Bahnhofstoilette, das war ein kurdischer Asylsuchender aus der Türkei, und er hat ein Jahr später versucht, eine Unterkunft von Geflüchteten anzugreifen mit einer selbstgebastelten Rohrbombe bei ihm auf dem Land. Er wohnt in so einem kleinen Ort, hat die sozusagen am Nachmittag im elterlichen Garten getestet und hat dann versucht, sie zur Explosion zu bringen. Das ist zum Glück gescheitert. Aber wenn wir auf diese 90er Jahre schauen, das war 1993, war das sozusagen eine relativ typische Tat für diese Zeit. Diese Angriffe, insbesondere auf Unterkünfte von Geflüchteten, viele werden diese Bilder ja auch noch in Erinnerung haben, war sozusagen, ist damals zu so einer Handlungsoption geworden, die sehr viele Leute über das ganze Bundesgebiet verteilt, ja auch sozusagen ergriffen haben oder sich wiedergefunden haben darin. Und später, also als er dann dieses Attentat auf Walter Lübcke begeht, da vergehen ja sehr viele Jahre, und man kann dann ihm sozusagen auch ein bisschen die Entwicklung der Szene nachvollziehen, während er sich so in den Nullerjahren im Umfeld der NPD bewegt und auch in diesen freien Kameradschaften, die damals sozusagen en vogue sind, also Versuche der Neonazi-Szene, sich zusammenzuschließen jenseits von Parteien, ist es jemand, der dann so ab spätestens 2015 auftaucht in einem Milieu, das eben nicht mehr die klassische Neonazi-Szene ist, sondern im Umfeld der AfD, für die er sich ja auch engagiert hat, in so einem Umfeld von Pegida und Ähnlichem, also in einem viel breiteren, viel unübersichtlichen Milieu. Und da findet er auf einmal den Ort, wo er sich offensichtlicher politisch zu Hause fühlt. Und ich habe für das Buch auch Ermittlungsunterlagen, die mir zugespielt wurden, auswerten können. Und da kann man auch sehen, wie er in dieser Zeit kommuniziert, aus der Auswertung des Handys zum Beispiel. Und er hat eben in diesen Jahren ganz stark den Eindruck, wir werden immer mehr. Und das ist, glaube ich, für viele so ein prägendes Erlebnis. Und auch für diese Generation, die aus den 90ern kommt und damals diese rassistische Mobilisierung mitgemacht hat und 2015 das Gefühl hat, es geht wieder los. Vielleicht kann man das so beginnen zu beantworten.